herzlich willkommen zum magischen podcast hier ist dominik fontes und daniel dück und in der heutigen folge möchten wir dir einfach mal danke sagen danke für dreieinhalb jahre magischer podcast wir geben dir einen einblick in die gesamte reise des podcasts und haben ganz zum schluss dieser folge eine kleine überraschung für dich angefangen hat damals alles im jahre 2016 da saß ich in innsbruck in so einem kleinen schnuckeligen café und ja dass ich war in innsbruck weil dort jugendworkshop stattfand und ja dementsprechend ich war ein paar stündchen früher da und dachte okay rufe ich doch mal daniel an weil daniel hatte sich angekündigt gehabt weiß ja noch warum daniel ja und mit dabei waren die ehrlich brothers ja die hatten ein bisschen damit zu tun denn ich weiß noch als sie zur stadion show haben die jemanden gebraucht der auf den stand dort wo wo man den den merch verkauft und so weiter haben die jemanden gesucht und ein kollege der konnte leider nicht und hat mich gefragt ob ich konnte ich konnte leider nicht und habe dich gefragt dominik ob du konntest und ich konnte leider auch nicht du konntest auch nicht aber ich hatte eine frage ich weil die ganze zeit schwirrte mir da so im kopf dieser gedanke es gibt so coole podcast zu der zeit damals schon auch wenn nur wenige man musste nämlich viel noch erklären was ein podcast überhaupt ist 2016 wussten dass viele einfach noch nicht weil das noch nicht so bekannt und so berühmt war das wissen jetzt aber auch nicht allzu viele aber deutlich mehr ich hatte letztens jemanden gesagt ich habe ein podcast und so übrigens du weißt doch was ein podcast ist oder also hatte ich das angekündigt die person habe ich blöd angeguckt natürlich weiß ich was ein podcast ist also jetzt 2020 weiß man scheinbar aber naja genau auf jeden fall ich hatte so den gedanken vom podcast fragte dich und ja habe es ja später gegen dann die erste folge online ja wir haben uns irgendwie nicht aus den augen verloren und haben dann ja eine mit einer simplen idee von dem podcast haben wir das grob zurecht gestutzt wie wir uns das ganze vorstellen und haben einfach mal ein paar künstler angeschrieben unter anderem wolfgang moser christoph bohrer ganz zu beginn und ja christoph war sofort feuer und flamme als erster künstler hat er uns die zusage gegeben und ja das war total erstaunlich weil wir waren zwei kleine künstler die niemand kannte also vielleicht in unserem jeweiligen bereich wo wir halt eben schon viel aufgetreten sind so ist gut dörflein genau ein dörflein hier du bei dir köln genau köln-bonner bereich vielleicht kannte man uns da schon ein bisschen was aber ansonsten waren wir noch komplett unbekannt und christoph meinte weil er halt eben der allererste gast war bei unserem podcast er meinte ja okay bin ich mit dabei und wir waren positiv erstaunt von ihm ja durchaus vor allem dass dass er von anfang an feuer und flamme war und gesagt hat ich weiß zwar noch nicht so ganz was ihr machen wollt aber das wird genial und ja da geht es auch sofort los mit dem mit der ersten folge wo wir die fragen vorbereitet haben und noch ganz nervös waren und gar nicht so wussten ja es war ja auch für uns das erste mal dass wir ein interview hier über das internet gemacht haben und wie die zeit noch vergeht oder total dreieinhalb jahre ist total gerannt aber dann vor allem auch mit so eine koryphäre in der deutschsprachigen zauberkunst christoph bohrer deswegen christoph falls du es hörst ganz 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 großes dankeschön an dir an dich einerseits natürlich für deine mega coole inspiration danke auch an dein vorwort was du für unser allererstes buch dann auch geschrieben hast da war für uns natürlich wichtig dass du es dann auch schreibst natürlich okay ist was zum glück der fall war aber vor allem auch ganz großes danke dir einfach dass du zwei damals kleinen zauberkünstlern vertraut hast und sagt es ganz locker ja bin dabei das war mega mega cool großen respekt dir dafür auch danke von mir und nicht nur nicht nur christoph sondern alle die ihm gefolgt sind denn auch ganz zu beginn wussten nicht alle zauberkünstler wie der podcast aussieht was was daraus wird und haben uns einfach das vertrauen gegeben jede frage wirklich jede frage zu stellen die wir fragen wollten und zu jeder frage eine antwort hatten wie schon gesagt wolfgang moser wen hatten wir noch dabei um nur ein paar zu nennen ingo oschmann simon pierre schulmann mark mark weide gaston christian galvis show ma schon und farquhar den hatten wir jetzt vor ein paar wochen mit dabei gehabt genau ja schon farquhar aus kanada unglaublich genauso ja ich sag gerne gut das auch cool wir mussten da natürlich dann auch gucken dass es zeitlich passt weil wir sind ja natürlich viele stunden neben also nebeneinander und dann war es so wir haben ein sehr spätes interview geführt ich glaube das war dann bestimmt eines der spätesten was wir bisher geführt haben abends und bei ihm war das dann eben morgens und dementsprechend er ist gerade frisch aufgestanden hatte gerade gefrühstückt gehabt und wir haben gerade zu abend gegessen gehabt und dann konnte man super hervorragend das interview machen auch eine coole erfahrung durchaus ja und wenn man sich überlegt also wir haben ja von anfang an das ganze mit skype gemacht also wir treffen uns ja nicht unbedingt persönlich mit den künstlern was ihr wahrscheinlich wisst sondern wir machen das übers internet und ganz zu beginn haben wir das noch mit skype aufgenommen und haben uns auch durchaus per webcam gesehen und sind dann mittlerweile zu zen caster so heißt das online tool was ein bisschen professioneller ist eine bessere audio qualität liefert gegangen aber wir haben uns nicht mehr wir haben uns nicht mehr gesehen sondern nur noch gehört das ja und was mir gerade einfällt weil wir mit sean farqua zuletzt gesprochen haben bei der ich weiß nicht 45 50 minute es waren noch ungefähr zwei fragen und auf einmal bricht die verbindung ab sean war weg er war weg er war auf einmal weg und das das hatten wir so auch noch bei keinem künstler also bei keinem podcastgast dass wir irgendwie ein interview irgendwie zweimal aufnehmen mussten oder so also toi 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 das hat alles das hat tatsächlich ja einer wollte das unbedingt mal haben wir dann auch natürlich gemacht muss jetzt nicht sagen genau wer es ist aber es gab mal ein künstler aber genau bei sean um die geschichte jetzt nicht weiter herauszunehmen ja genau und dann hat sich das internet irgendwie wieder gefangen und die 45 oder 50 minuten haben wir dann gerettet und so wie ihr euch das angehört habt genauso haben wir das on take aufgenommen genau das war sowieso auch eine ganz wichtige sache für uns wir hatten immer die mission die coolsten professionellsten inspirierendsten kritischsten einfach magischsten menschen vors mikro zu holen aus allen möglichen branchen die irgendwie uns zauberkünstler einen positiven mehrwert bieten können und damals uns ganz 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 elementar wichtig dass wir denen eine plattform bereiten wo die selbstständig zu 100 prozent frei reden können wir möchten natürlich einen roten faden haben dementsprechend bereiten uns vor mit fragen und beschäftigen uns mit dem künstler im vorfeld aber wir haben bestimmt man kann es eine handvoll also an einer hand abzählen wie viele künstler wir mal in einem satz unterbrochen haben ich jetzt mal das wird vielleicht gegen null tendieren also wir haben immer die künstler ausreden lassen so dass die ihre meinung rüberbringen konnten was sozusagen deren ansichten ist oder sind und dabei ist es dann auch so wir sind es uns in vorbereitung zu dieser heutigen folge zur dank folge für euch einig drüber gewesen wir sind nicht bei jeder sache ist die gäste bei uns im podcast gesagt haben zu 100 prozent konform also was die gesagt haben würden wir nicht hier bei jedem unterstützen oder genauso danach handeln aber uns war wichtig dass wir halt eben hier ein sehr breites spektrum an ideen an meinungen und so was sozusagen frei für jeden zur verfügung stellen und die einzige sache wie wir es dann eben sozusagen ein bisschen gelenkt haben wir haben natürlich entschieden wer mit dem podcast dabei ist und wer nicht aber ansonsten durfte jeder der dabei ist so 100 prozent frei reden wir haben in der regel alles und tape aufgenommen und dass wir was rausgeschnitten haben war immer nur wenn künstler es haben wollte sonst war das immer alles zu 100 prozent drin und ganz genau so auch du lieber zuhörer liebe zuhörerin ihr müsst nicht unbedingt mit allem übereinstimmen was die podcast gäste gesagt haben deswegen sind wir menschen aber es ist wichtig dass man das gehört hat und darüber nachgedacht hat und je nachdem was einem wichtig war genau das für sich angenommen hat und das wichtigste ist auch umgesetzt zu haben es ist nicht nur so dass man es gehört hat sondern dass man das in die tat umgesetzt hat denn das ist der entscheidende punkt und deswegen wenn du jetzt noch ganz frisch mit dabei bist jetzt bei unserem podcast oder schon viele jahre hörst einfach die einladung an dich dreieinhalb jahre podcast ich weiß gar nicht dann wie viele folgen haben wir 80 90 irgendwo sowas nicht erkannte dort ja also jetzt momentan bei folge 91 wenn man sich überlegt dass wirklich jede folge war ein interview bis auf ja die letzten beiden wo wir uns gegenseitig interviewt haben aber auch das war ja ein interview genau aber entsprechend einfach die einladung auch die allerersten interviews von 2016 das ist jetzt ja dreieinhalb jahre her mit christoph borer mark weide war ganz zu beginn wolfgang moser war relativ früh einfach noch mal rein zu hören natürlich waren wir dort auch noch an einem ganz anderen punkt die interviews wenn ich da vor allem wo wir die das erste buch von uns geschrieben haben wo wir dann noch mal die alten folgen uns angehört haben die waren da zwei jahre etwa alt selbst da war es schon erstaunlich wie wir noch die ersten interviews geführt hatten da haben dahin und ich auch viel darüber gesprochen habt so haben wir früher noch interviewt jetzt sind noch mal anderthalb jahre vergangen das ist total krass aber trotzdem die inspiration der künstler ist ja immer noch dieselbe deswegen einfach die einladung an dich noch mal vielleicht in ein zwei etwas ältere folgen von uns rein zu hören ja und es ist auch interessant wenn man überlegt wie wir uns alle selber weiterentwickelt haben genauso wie du du zuhörer und zuhörerin genauso wie auch wir es ist interessant mal zu hören was wir so vor drei jahren gefragt haben und was wir jetzt gefragt haben es hat sich vielleicht nicht großartig irgendwie verändert aber doch also die message ist gleich geblieben aber die fragen haben sich ein bisschen angepasst wenn ich das mal so sagen kann das wichtigste halt die leidenschaft von den gästen zu hören und auch die inspiration von denen einfach weiterzugeben und vor allem wo du gerade leidenschaft ansprichst für mich ist ganz klar also ich bin ja zauberkünster hauptberuflich unterwegs ohne den podcast wäre ich das heute nicht also ich glaube schon dass ich es irgendwann geworden wäre aber dann hätte ich den ganz klassischen weg mit studium und sowas noch komplett krass durchgezogen und dann erst mal vielleicht in anderen shop ich weiß es nicht aber wo wir zu spitzen zeiten bestimmt innerhalb von drei wochen pro woche drei vier fünf interviews oder sowas aufgenommen haben weil wir halt eben ja viel vor produziert haben weil es nicht zeitlich immer anders funktioniert hat in diesen zeiten habe ich immer mit mit daniel zusammen leute vor uns gab vor allem noch zu skype zeiten wo wir die leute auch noch gesehen haben leute die zauberkünstler sind zauberkünstlerinnen sind und die uns angestrahlt haben die von ihrer leidenschaft erzählt haben die positiv drauf waren die anderen menschen geile momente rüberbringen wollen und es natürlich auch machen in der regel hauptberuflich und da habe ich einfach gemerkt ganz ehrlich wenn jetzt wann dann ich muss diesen schritt gehen und deswegen kann ich ganz klar sagen für mich ohne den podcast zu 99 99 prozent wäre ich heute nicht da wo ich bin in meinem business sozusagen unabhängig vom podcast ja in meinem beruf ja und das ist ja vor allem auch eine logistische leistung wenn man überlegt dass wir teilweise auf ein interview ein halbes jahr gewartet haben oder mehrere monate oder auch dass wir am nächsten tag das interview sofort gemacht haben aber da war alles da war alles dabei am nächsten tag weiß das noch ja das das war auch ein speaker das war ich glaube michael frossier ach stimmt der hat sofort gesagt ja machen wir und am nächsten tag haben wir das interview gemacht also und bei anderen warten auch noch heute auf die rückmeldung ja auch das denn unter all dem was wir ja unter all dem was was wir gemacht haben und geschafft haben eins haben wir nicht erreicht eins haben wir nicht geschafft und zwar ja mit den mit den ehrlich brothers hat es begonnen das war wie wir gesagt haben schon die da kam überhaupt unser kontakt so weiter zustande der von dominik und mir und die konnten wir leider nicht die konnten wir leider nicht interviewen und wir haben es alles was wir haben es oft versucht und den gefühlt jedes jahr eine mail geschrieben jedes jahr jedes halbe jahr jedes halbe jahr dann habe ich jetzt was weiß ich vor von einem monat oder so oder vor mehreren monaten noch mal einen draufgelegt und ein schönes bild designt mit einem herzzerbrechenden brief und das ganze in ein auf dickem papier ausgedruckt und in großen umschlag gepackt meine eigene briefmarke draufgeklebt und das ganze vereinschreiben zu den ehrlich brothers geschickt bisher keine antwort aber nicht jeder das muss man auch sagen wir haben viele leute angeschrieben viele großartige menschen aber auch nicht jeden haben wir interviewen können genauso wie unsere liste bisher genauso noch voll ist mit weiteren kreativen menschen die da draußen nur auf uns warten genauso ist es definitiv also es war auch so etwas wir haben mega 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 geile leute einfach vor mikro haben dürfen und unser ziel war tatsächlich ganz zu beginn wir wollen die größten zauberkünstler zauberkünstlerinnen kreative leute und sowas vor das mikrofon holen und weil die ehrlich brothers einfach so bekannt sind auch außerhalb der zauber szene wollten wir die halt eben als ziel sozusagen haben eines tages haben wir selbst die ehrlich brothers mit dabei weil sie halt mal in der zauber szene gibt es ganz großartige zauberkünstler die aber halt eben möglicherweise einfach nicht diesen großen bekanntheitsgrad auch außerhalb der zauber szene hatten deswegen hatten wir die beiden dann im kopf und mittlerweile ist es so die ellish brothers haben wir nicht mit dabei gehabt aber dafür so unglaublich coole leute und mittlerweile auch internationale leute also zum beispiel schoma hatten wir letztens mit dabei ryan hayashi das war ja auch so deutsch englisches interview das ja auch mega cool großartige menschen also jedes einzelne interview war wirklich großartig und wenn man sich das überlegt also ich meine wir haben das interview gemacht und alles ein cut gemacht so feierabend und dann haben wir noch eine halbe stunde mit dem gefühl gesprochen je nachdem und man ist einfach also ich weiß nicht bei dir ist es wahrscheinlich genauso dominik ich bin einfach mit einem unglaublichen gefühl daraus gegangen und das hat noch über tage nachgewirkt einfach mit diesen menschen gesprochen mit diesen menschen gesprochen zu haben es war einfach die begeisterung genau nur der punkt begeisterung punkt das war es definitiv und was ich auch noch interessant finde wir haben ja am anfang wo wir den podcast gestartet haben haben wir uns wirklich nur auf die zauberkunst konzentriert und sehr viele zauberkünstlerinnen und zauberkünstler angeschrieben die wir auch interviewt haben und haben dann an irgendeinem punkt quasi einen twist gemacht und haben so über den tellerrand der zauberei geschaut aus ganz anderen themen die direkt gar nichts mit der zauberei zu tun haben aber doch relevant sind und wichtig sind wie zum beispiel hypnose artistik gesang literatur sprache coaching design comedy kabarett schauspiel verkauf marketing fotografie psychologie und psychotechnik das habe ich jetzt alles aus meiner liste abgelesen und ja man glaubt ja gar nicht aber auch das alles hat irgendwie einen bezug auf die zauberkunst denn zauberei ist ja wie ihr alle wisst mehr als einfach nur ein kunststück zu präsentieren sondern eigentlich sind es 40 berufe gerade in einem aber das macht das gerade doch aus oder und vor allem war es bei uns dann auch immer so wir haben immer dieses ziel im kopf was auch ganz fett auf unserer webseite drauf steht von ich meine wirklich minute eins an die größten inspirierendsten leute vors mikrofon zu holen aber also das ist immer so der gedanke dass wir es für euch zuhörer machen zuhörern aber es wenn ihr jetzt so ein bisschen was den podcast euch mal anguckt in den letzten dreieinhalb jahren dann seht ihr wann vor allem zauberkünstler man verkauft wann marketing wann speaking wann internationale zauberkünstler und sowas mit dabei sind und das war natürlich dann auch so wir daniel und ich haben in den dreieinhalb jahren sehr viele phasen sozusagen durch sozusagen mitgemacht privat und natürlich auch beruflich und wo es dann ums thema verkauf sehr extrem ging da waren wir natürlich dann am sensibelsten für diese themen und wollten selbst sehr viel inspiration dazu haben und sind dann haben dann natürlich inspiration gehabt und den gedanken jetzt lass doch mal ein paar profis zum thema verkauf nehmen oder jetzt lass ein paar profis auch zum thema marketing nehmen steuern haben wir auch behandelt oder rechtsanwärts datenschutz alles mögliche das war halt eben so etwas wir haben selbst einfach geguckt was für inspiration können auch wir gebrauchen als zauberkünstler und vielleicht kannst du als als zuschauer zuhörer zuhörer aus auf jeden fall ja auch für dich mitnehmen deswegen es war immer natürlich dieser ganz kleine eigennutz mit dabei muss ja ganz ehrlich sein daniel aber es war definitiv immer so dass wir die fragen für euch gestellt haben und genau das große ziel sozusagen haben einfach eine plattform zu schaffen wo man auch noch in ganz vielen jahren ja ganz viele coole infos von den profis für sich mitnehmen kann und das natürlich vorausgesetzt alles kostenlos denn nur wenn das feuer tatsächlich in uns brodelt dann können wir das auch auf andere übertragen und genauso wenn das feuer in dir brodelt und du die zauberei einfach liebst dann spüren das auch die menschen die dich gerade eben zaubern sehen und sei es die zauberei oder du bist speaker oder was auch immer oder in einem ganz normalen beruf abgesehen von der zauberei wenn du das liebst was du tust dann merken das auch die anderen und dann macht es für dich auch viel mehr spaß und auch für die anderen und das ist auch die einzige sache wie wir dann auch unsere finanzen erklären können also wir müssen ganz ehrlich sagen wir haben viel umsatz mit dem podcast gemacht aber wir hatten auch höllig große ausgaben und wir haben jetzt mal nach den dreieinhalb jahren alles zusammen gerechnet Moment 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 da muss ich einmal kurz rein grätschen wir haben ganz zu Beginn haben wir vom podcast haben wir einen teaser erstellt das war so einfach mal so random gemacht einfach so aus spaß und da haben wir gesagt dass wir eine facebook seite erstellt haben mit null gefällt mir angaben ähm und wir haben äh ein template für 20 euro gekauft und ähm das ganze projekt könnte gut werden könnte aber auch schlecht werden und ich glaube es ist ganz ganz gut geworden oder was denkst du dominik genau definitiv genau darauf wollte ich nämlich hinaus das projekt ist äh auf jeden fall erfolgreich verlaufen weil äh finanziell ähm ist für uns beide jeweils einfach ein standard auftritt sozusagen bei rumgekommen also ein kleinerer standard auftritt im dreistelligen bereich sagen wir es mal so ähm jetzt nach den dreieinhalb jahren aber also äh im ähm ähm nach abzug aller ausgaben sozusagen ist er rausgekommen aber wir haben so unglaublich viele kontakte so viele inspirationen so viele geniale momente so viel begeisterung so viel ja liebe zur zauberkunst für uns beide bekommen aber vor allem das ganz große aber wir konnten das alles auch euch allen mitgeben allen zuhören allen zuhören und das ist mittlerweile immer mehr gewachsen wie viele den podcast hören und das ist unbezahlbar das ist komplett unbezahlbar ganz genau jede einzelne sekunde hat sich dafür gelohnt jetzt wir sind bei knapp glaube ich 70 stunden die wir insgesamt an material haben was wir veröffentlicht haben an podcast und ähm deswegen finanziell würde jeder bankberater sagen oh lohnt sich überhaupt nicht nie wieder so etwas aber es hat sich ähm in den letzten dreieinhalb jahren auf jeden Fall vom inhalt her und von den ganzen emotionen und allem unglaublich gelohnt und du ahnst wahrscheinlich schon wohin die reise geht lieber zuhörer liebe zuhörerin denn ähm so sehr wir diese zeit auch genossen haben schauen wir jetzt weiter nach vorne uns erwarten weitere spannende projekte das bedeutet aber auch dass der magische podcast so wie du ihn kennst nicht weiterläuft der rhythmus dass jede zwei wochen am montag eine neue folge erscheint wird es erstmal nicht geben bei uns ist es so einfach dass wir momentan so viele neue themen und vor allem projekte haben dass es einfach nicht mehr machbar ist allein aus zeitlichen gründen ähm ja so diesen rhythmus zu halten also wir sind uns einig wenn wir ein podcast machen dann machen wir ihn professionell so gut wie wir können wir haben jetzt in den dreieinhalb jahren jede zweite woche immer ohne eine einzige ausnahme eine podcast folge mit einem interview rausgebracht und ähm wir haben da nichts irgendwie zwischengeschoben so jetzt einfach dass es ab jetzt erst mal oder wie wir so nennen wollen dass wir eine kreative pause eine kreative auszeit mit dem podcast nehmen wollen wir wissen wirklich noch nicht wie es weitergeht vielleicht gibt es in einem monat direkt die nächste folge vielleicht gibt es in fünf jahren eine folge wir wissen es gar nicht keine ahnung es geht einfach nur darum auf youtube wird es definitiv solange es youtube gibt immer verfügbar sein jede folge die bisher da war die kannst du dir auch noch in zukunft immer anhören aber wie es nun in zukunft weitergeht können wir nichts konkretes zu sagen auf jeden fall was wir sagen können in zwei wochen wird keine podcast folge veröffentlicht und schön dass du youtube ansprichst also ich finde es ganz schön wenn man das ganze podcast projekt wie ein museum der inspiration betrachtet also geh wirklich einfach auf youtube und da siehst du auch die bilder von all diesen kreativen menschen und die namen dazu und schau dir doch einfach und hör dir doch einfach mal noch eine folge aus der vergangenheit an und du wirst auch dort wieder etwas neues mitnehmen wenn du die folge auch vor jahren bereits mal gehört hast und es gab noch so drei weitere projekte innerhalb der gesamten zeit mit unserem podcast mit magischen podcast und zwar zwei bücher und eine lecture es war schon krass wo wir uns dazu entschlossen haben so das erste buch zu schreiben gestalt und entfalte deine zauberkunst das war ein mammutprojekt oh ja richtig krass dann das zweite buch das war so eine idee wir möchten das machen wir haben keine zeit aber wir möchten das einfach machen genau und dann die lecture die ich mit android magic gemeinsam veröffentlicht habe zum thema verkauf marketing und ähnliches und mindset war auch mit dabei das waren einfach drei projekte die unglaublich viel spaß gemacht haben und wir so viele positive rückmeldung von euch bekommen haben deswegen ja ich hoffe einfach aber so hat sich zurückgespiegelt dass das euch richtig vorangebracht hat alle die sich damit befasst haben und ja wir irgendwie eine kleinigkeit auch von unserer seite euch sozusagen geben konnten was in richtung und zauberkunst und unsere erfahrung geht und alle eure rückmeldungen die wir bekommen haben sei es jetzt auf youtube auf den bewertungen von itunes oder facebook oder persönlich oder per mail wie auch immer all das hat uns auch aufgebaut und hat uns überhaupt dahin gebracht wo wir jetzt eigentlich sind auch mal die resonanz von euch zu hören denn ich meine wir sprechen hier gerade an ein mikrofon und diese folge kommt irgendwann mal raus aber was das wirklich mit euch gemacht hat und bewirkt hat das von euch zu erfahren das ist wirklich großartig vor allem zu wissen also wir sehen ja die zahlen wie viele hunderte menschen unsere stimme hören und ich habe jetzt letztendlich auch irgendjemand den ich persönlich nicht kenne aber die person mich denkt zu kennen habe ich irgendwie über einen freund glaube ich was von gehört ja klar also diese person hat dem freund von mir berichtet ja klar die stimme von dominik und dann natürlich auch von daniel kenne ich hervorragend habe schon alle folgen gehört und alles drum und dran das ist etwas ihr kennt uns und wir kennen nur die zahlen wie viele von euch das hören und wie viele leute oder wie große räume wir bräuchten um euch alle gemeinsam in einen raum mit reinzunehmen das wäre auch mal cool ja das wäre aber mega alle die von uns mal podcast gehört haben in einen raum damit wir euch einfach mal kennenlernen können das wäre mega spannend das ist eine kleinigkeit die nicht so schön ist bei dem podcast weil wir euch einfach nicht kennen oder natürlich ein paar kennen wir weil wir über facebook und ähnliches kontakt haben oder auch persönlich kennen aber es ist schon ein unterschied ihr kennt unsere stimmen ihr kennt unsere geschichte teilweise aber wir kennen euch nur teilweise also nur in kleinen bereichen deswegen ja aber das ist nun mal so die sache des podcastes aber im endeffekt ist es ja bei der zauberei auch so wenn man wenn ihr auf der bühne steht und ich meine wenn man auf der bühne steht gibt man ja auch etwas von sich preis und genauso ist es dass die zuschauer euch kennen aber ihr die zuschauer eigentlich weniger und deswegen da sieht man sie wenigstens ja da sieht man sie wenigstens aber auch da ist es mal schön nach der show oder vor der show mit den leuten zu quatschen und einfach ins gespräch zu kommen oh ja definitiv ähm wir haben ja ganz zu beginn eine kleinigkeit auch eingekündigt und zwar haben wir noch eine überraschung stimmt's daniel ganz genau denn wir möchten eine person zum glücklichsten menschen der welt machen wir möchten wir möchten die beiden bücher die wir geschrieben haben als ein paket an eine person verschenken an eine person verlosen und das einzige was ihr machen müsst ihr müsst uns einfach eine e-mail schreiben mit dem stichwort äh verlosung magischer podcast unter kontakt at magischer podcast punkt de kontakt at magischer podcast punkt de da schreibt uns einfach eine e-mail und äh bis zum bitte bis zum 12.01.2020 um 0 Uhr und ähm ja in der nächsten Woche bekommt ihr auch derjenige oder diejenige die gewinnt ähm unser paket zugeschickt äh zugeschickt die dir wichtig ist weiter verschenken auch gerne kannst du gerne mitmachen und ähm ja wir sind gespannt auf eure Rückmeldung grundsätzlich würde uns freuen einfach mal von euch zu hören was hat der podcast bei euch bewirkt weil wie gesagt wir haben jetzt gerade gesprochen wir kennen nur eine Handvoll oder vielleicht 10 Leute 20 keine Ahnung von euch auf jeden Fall nicht viele über die vielen 100 die ähm ja gerade unsere Stimme hier hören deswegen wenn ihr mögt nehmt euch gerne mal einfach mal ein paar Minuten und schreibt uns wir würden uns wirklich 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 sehr 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 drüber freuen also einfach einen Kontakt at magischerpodcast.de einfach mal vielleicht ein zwei Zeiler vielleicht ein paar Zeilen mehr ähm wie viele ihr gehört habt wie ihr so über den Podcast denkt ob ihr unserer Meinung seid wie ihr das Projekt fandet oder vor allem natürlich auch was die Folgen mit euch gemacht haben das würde uns brennend interessieren ähm wir lesen uns jede einzelne E-Mail von euch durch ähm antworten an euch natürlich auch deswegen wenn ihr euch melden würdet würde es uns sehr freuen sozusagen auf die dreieinhalb Jahre wir haben euch sehr viel gegeben und würden uns einfach freuen wenn ihr euch mal zurückmeldet deswegen eine Einladung an euch könnt ihr super gerne machen und wie ihr wisst wenn sich eine Tür schließt dann öffnet sich eine neue vielen Dank an alle Podcast Gäste noch einmal vielen Dank dir liebe Zuhörerinnen und dir lieber Zuhörer vielen Dank dir Dominik für diese Zeit danke dir Daniel auch für deine ja mega mega geile Kooperation und euch allen weiterhin alles Gute bis bald macht's gut ciao bis bald 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 Vielen Dank.